Warum machst du dir am Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du Schatz und bremst dich damit an. Nicht zu gut genug, du haust dich selber an. Dann hörst du damit auf. Wie ich dich sehe, ist es dich unbezweiflich. Warum ich zeig dir, es lass mich auf. Fertig, für den Schreck, ich schreib dich damit zu. Ruf deinen Namen auf den Button. Der beste Mensch bist du. Ich wollte den roten Teppich um die Steppich vor dir haben. Du bist das Ring für mich. Und die Körling für dich. Oh, oh, oh. Und die Körling für dich. Oh, oh, oh. Und die Körling für dich. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Hör auf, das Zwerg. Es macht doch keinen Sinn. Hörst doch noch beim Fettich. Und ne Falte auf der Stern. Warum wirst du nicht kapieren? Komm mal, was ist denn der Deckel? Ich seh schon, wie ich es bin. Lass mich gut sehen, bevor ich vergessen, wie das ist. Du mit lächelndem Gesicht. Wie ist die Ebel? Unbegleitlich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass meinen Kopf. Fettich für dich regeln. Ich schick dich da in der Zug. Ruf der Nagel ab den Bord her. Der beste Mensch bist du. Bei dem roten Teppich. Die Steppich vor dir haben. Du bist das Ring für mich. Und die Körling für dich. Oh, oh, oh. Oh, oh. Und die Körling für dich. Oh, oh, oh. Und die Körling für dich. Oh, oh, oh. Und die Körling für dich. Und die Trompeten spielen für dich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und die Trompeten klingen für dich. Und die Körling für dich. Oh, oh, oh. Und die Körling für dich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020